I'm calling in progress. Genau, davon waren nämlich schon Leute drin und irgendwas ist wieder raus. Und jetzt. Danke. Danke, oder? Danke, dass wir uns, ich finde wirklich, danke, dass wir uns aus dem Albtraum in den glücklichen Traum führen lassen, oder? Der Albtraum, die Idee, ich bin alleine, ich bin anders, ich muss ja meinen Wert unter Beweis stellen, ich bin getrennt von allem, ich bin alleine in einer Welt und, 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 hin in den glücklichen Traum, ich bin Sohnschaft. Sohnschaft ist, das ist ja die Lektion heute auch, dass wir das sind, was wir suchen. Darum ist es ja witzig so, dass wir seit Millionen Jahren aus Angst vor Gott diesen Traum, diesen Angstgedanken nach außen projizieren. Und in der Projektion, in dieser Angstprojektion versuchen, unser Glück zu finden, Sicherheit zu finden. Und dass es natürlich ausweglos ist, weil da nichts zu finden ist. Darum können wir ja, was Jesus ja auch sagt, du kannst mit dem Ego einfach nur suchen, weil du suchst auf einer Zeitraumebene nach Liebe, nach Glück, und das ist komplett die Angstprojektion. Und darum sagt er ja, der Witz ist erstmal nicht so leicht zu verstehen. Und diesen Witz aber in jeder Vergebung geschehen zu lassen, das ist ja Berichtigung in Vergebung. Egal wie verletzt, egal wie ausweglos ich mich gerade wahrnehme, es ist ja immer im Heiligen Geist die Erlösung jetzt gegeben. Immer, weil die Trennung in keinem einzigen Augenblick stattgefunden hat. Das ist ja das, woran wir uns erinnern lassen. Ah, wow, es ist wie gut, dass ich im Irrtum bin. Und nicht Gott oder Jesus oder der Heilige Geist. Was für ein Geschenk, was für eine Dankbarkeit. Also ich bin wirklich dankbar, dass der Irrtum in mir liegt. Seid ihr auch dankbar, dass der Irrtum in euch liegt. Aber sonst wäre es überhaupt nicht zu erlösen. Wenn das wirklich wäre, wenn ich nicht komplett im Irrtum wäre, dann wäre die Welt wirklich. Dann wäre die Trennung wirklich. Und danke. Danke, dass wir Sohnschaft sind. Danke, dass meine verzweifelte Formgebung hier, das ist ja, was wir machen. Ich versuche mich vom Vater im Körper zu verstecken. In dunklen Gedanken, in einer im Geist selbst erdachten Dunkelheit von Schuld, Sünde. Das ist ja das, was ich versuche im Ego aus Angst vorm Vater. Und wahrzunehmen, ehrlich wahrzunehmen, dass es alles wirkungslos ist. Es ist wirkungslos. Wenn ich um die Wahrnehmung, um wahre Wahrnehmung, um Berichtigung bitte, bin ich augenblicklich berichtigt, dass ich jetzt dem Vater bin. Da ist Licht, da ist Gegenwart, da ist Liebe, da ist alles gegeben. Und diesen glücklichen Traum in der Sohnschaft geschehen zu lassen, das ist ja eine Bereitschaft. Ich bin bereit, was wir letztes Mal auch gelesen haben, ich bin dankbar für den Bruder. Egal, ob er gerade im Hilferuf vor mir steht, weil es ist immer mein Üben, mein Kapitulieren in meiner Wahrnehmung von Trennung. Das ist ja mein Üben. Ich nehme wieder wahr, wow, da ist der Christus. Ich bin genauso im Geist, im reinen Geist wie der andere. Und alles andere ist eingebildet hier, weil ich irrtümlich mir Angst vor allem gemacht habe. Sagt Jesus, ja, du hast dir Angst vor deinem wahren Selbst gemacht, vor der Wirklichkeit. Und das heißt ja nur, was für eine Power wir im Geist haben. Wie sehr wir uns hier immer noch begrenzen auf den Körper, dass wir immer noch wirklich wieder nach dem Namen greifen, nach der Bedeutung, die wir uns hier geben. Und sofort, das sagt Jesus ja sofort, bist du in Angst, hast die Idee von Tod, noch hast eine Idee, wow, ich muss die Zukunft sicher gestalten, damit ich versorgt bin. Und Jesus sagt ja, hey, das ist bedeutungslos im Universum, weil das Ganze überhaupt nicht mitbekommt. So gesehen, dass ein Teil fehlt, weil das Ganze einfach weiter sich ausdehnt, das Universum. Das sagt Jesus ja, das Ego ist so unbedeutend. Der Versuch, hier zu sterben, zu leiden, ist so unbedeutend im Ganzen, dass es nicht wirklich wahrgenommen wird. Und doch fehlt ein Teil, wenn wir uns nicht wieder hingeben. Und das geschehen zu lassen, hey, ich will mich dem Ganzen wieder hingeben. Ich will meine Rolle in Gottes Heilsplan erfüllen, weil das sonst gar keiner kann, weil die Welt des Krieges, des Angriffs, die wird weiterlaufen. Und das ist meine Projektion, das ist meine Weigerung, mich als Kind Gottes hier wieder, das wieder zu bezeugen. Gott ist wirklich. Wir sind im Irrtum, in der Trennung. Darauf warten wir ja. Und wir warten ja immer auf uns, weil es nur meinen Geist gibt, so gesehen. Auch wenn wir alle miteinander Sohnschaft sind. Und darum sagt Jesus ja auch, Gott ist nicht wortwörtlich in dir, du bist in Gott. Ich bin ein Teil des Ganzen. Weil das spirituelle Ego nimmt ja gerne, ja, es geht nur um meinen Geist und es ist mein Geist und alles andere ist bedeutungslos. Was ja auch stimmt auf einer Ebene. Und doch sagt Jesus, es geht hier um die Meisterschaft der Liebe. Liebe, das ist Erlösung. Es geht um die Meisterschaft der Liebe. Du wirst jedes Lebewesen lieben. Du wirst alle einschließen in deine gegenwärtige Vergebung. Das heißt ja lieben. Ich liebe dich so sehr, dass ich bereit bin, mit der Vergangenheit über dich nicht mehr Recht zu haben. Das ist ja Liebe. Das ist ja die Bruderliebe, wofür wir uns, finde ich, auf jeden Fall bewegen geistig. Ich liebe dich so sehr. Ich will den Christus in dir da sein lassen. Weil im Ego habe ich immer Recht. Im Ego finde ich immer Verbündete. Das ist ja nicht schwierig, weil ich gebe jedem die Bedeutung, die er für mich hat. Also habe ich auch einigen Egos die Bedeutung gegeben, dass sie mir auf jeden Fall Recht geben müssen. Das ist ja damit gemeint. Das ist, da draußen macht keiner was, was ich nicht will. Und ich versuche mir das ja in der Trennung wirklich als, ja, der sagt es auch. Oder die sagt es auch. Also muss das wahr sein. Das ist ja, darum sagt Jesus ja, du bist wahnsinnig. So. Und es ist doch ein Flash, oder was für eine Belehrung wir sind, findet ihr nicht? Das ist doch der Oberflash. Weil wir das ja wirklich erst mal lange glauben, dass wenn mir da draußen jemand Recht gibt, dass der das aus sich selbst heraus macht. Und Jesus sagt ja, hey, im Heiligen Geist, da geht es immer um Liebe für alle. Daran erkennst du ja, ob du gerade im Heiligen Geist bist oder im Ego. Das ist ja das, was geschieht. Und ich bin so, ich bin so dankbar, dass es erst mal echt nur unsere Bereitschaft braucht. Natürlich ist es unangenehm immer wieder. Das sagt Jesus ja auch, die persönliche Beleidigung, weil wir recht lange ja glauben, dass wir Personen sind. Wir glauben ja, dass wir Recht haben, wenn uns jemand ein anderes Ego-Recht gibt. Und damit easy zu sein, hey, Jesus, heiliger Geist, ich weiß gar nicht, wie es gehen soll, ich weiß nur, ich will den Traum, nicht mehr den leidvollen Traum, nicht mehr wirklich machen. Das ist ja die Bereitschaft, die Jesus braucht. Und dass der glückliche Traum wirklich, wow, ich finde mich in Sohnschaft wieder. Es ist egal, wo ich bin. Es ist nur mein Widerstand, der die gegenwärtige Heilung scheinbar verhindert. Aber auch nur scheinbar. weil Heilung immer gegeben ist, weil die ganze Sohnschaft geheilt ist. Es ist ja einfach nur, dass dieser Irrtum, den wir seit Millionen von Jahren etablieren und schützen, dass gerade so viele sich entscheiden, wunderwirkend zu sein, wir hatten das gestern Abend auch in der Gruppe, dass sich gerade so scheinbar so viele entscheiden, wunderwirkend zu sein. Es sagt Jesus ja, wenn sich eine genügend große Menge entscheidet, wunderwirkend zu sein, geht es schneller. Und das merken gerade alle, oder? Es nimmt eine richtige Fahrt auf im Geist, weil wir immer weniger schützen, weil wir sagen, ja, ich bin bereit. Was soll ich den Irrtum noch schützen, wenn Gott mir ein Königreich anbietet, in dem alle, wirklich alle glücklich wahrnehmbar sind. Und es ist immer noch Traum, Traumsequenz. Und Jesus sagt, hey, verwechsel das nicht, verwechsel nicht den glücklichen Traum mit der Wahrheit. Darum sagt er ja auch, der Kurs geht nicht über den Bereich des Egos hinaus, weil das so tief geht, weil das so tief geht, der Irrtum, weil wir so eine Angst vor der Wahrheit, vor der Wirklichkeit, vor dem Eins-Sein haben. Weil wir ja wirklich lange glauben, und ich kenne das ja auch, ich habe ja auch echt lange geglaubt, und ich glaube es ja zwischendurch immer noch, sonst würde ich es ja nicht wahrnehmen, dass das eine Bedrohung hat, dass irgendein Gewinn in der Trennung zu finden ist. Das lassen wir ja erlöst sein, diesen Irrtum. Und zeitgleich im glücklichen Traum, und das zeigt Jesus mir auch gerade auf, so ist es wirklich so, ich muss dieses Glück geschehen lassen. Kennt ihr das? Du wirst immer glücklicher und dann versuchst du was dagegen zu setzen, damit das Glück nicht zu groß ist. Kennt das jemand? So diese Impulse. Und das ist ja, weil wir Angst, wir machen uns Angst vor dem. Und in Zeitraum, die Gesetze der Welt sind ja, na, freu dich nicht zu früh. Freu dich nicht zu früh. Das kann auch wieder anders kommen. Heute geht es dir gut, morgen nicht, aber es ist ja ganz egal. Es ist ja bedeutungslos. Warum soll ich nicht diesen Augenblick im Vater feiern? Egal, bedeutungslos, was gleich geschieht. Es ist ja absurd. Und diese Absurdität, immer tiefer erlöst sein zu lassen, das ist mein Geisteszustand. In jedem Augenblick, den ich da draußen sehe. Und wenn ich nicht glücklich bin und der Vater mir in allem entgegenkommt, dann habe ich immer noch eine Idee von Trennung, die ich gerade nach außen projiziere. Und das zu feiern, wow, es ist, ich setze gerade schon wieder was dagegen. Niemand anderes. Da draußen macht keiner was. Es ist komplett meine, mein Geisteszustand, den ich ausdehne. Ohne zu wissen, wie wir es erlösen. Weil, wenn ich mich nicht einmische, was Jesus sagt, misch dich nicht ein. Vergib und dann misch dich nicht ein. Weil dann geschieht das, was wir Wunder nennen. Alles ist für einen Augenblick oder auch darüber hinaus ausgedehnt. Erlöst ein alter Hass ist gegenwärtige Liebe. Eine Situation, in der wir überhaupt nicht wissen, wie wir trösten könnten, ist getröstet. Einfach. Weil wir durch uns, in uns geschehen lassen. Weil ich in mir bereit bin, den Trost anzunehmen, die Heilung, die ich hier gerade geben will. Das ist ja damit gemeint. Ich muss die Heilung annehmen. Weil der andere ist schon geheilt. Ich muss die Vergebung annehmen. Der andere ist der Christus. Ich gebe jedem, allem hier die Form. Und Jesus sagt, hey, weil das so stark ist, haben wir es in der Sohnschaft geteilt. Und darum finden wir uns ja als Christus, darum können wir uns ja begegnen, auch in Körpern und vergeben und uns berichtigt sein lassen, wer wir wirklich sind und das Licht und die Einheit schauen. Das ist ja der glückliche Traum. Wir träumen ja. Das ist ja immer noch Traum. Ich träume. Und ich träume plötzlich, weil ich mehr und mehr um Wahrheit bitte, um Erwachen. Darum sagt Jesus ja auch, natürlich könnte Gott mit seinem Licht in diesen leidvollen Traum kommen. Doch da die Angstbesetzten irgendwie steht so, die, die träumen, wir sind ja angstbesetzt, wenn wir träumen. Und darum wird er nicht mit so einem Licht kommen, weil wir das als leidvollen Traum deuten werden. Wir werden das zum Angstmachen im Geist nehmen. Und darum haben wir dieses langsam erweiternde Schulungsprogramm gewählt, was er ja auch sagt. Das haben die meisten gewählt. Und damit gut zu sein. Hey Vater, ich habe mir so eine Angst vor dir gemacht. Und danke. Danke, dass das möglich ist, was eigentlich unmöglich ist, Heilung, Wahrheit, wahre Wahrnehmung in einen Traum einzuladen, der dafür gemacht ist, mir die Trennung zu beweisen, was ja erst mal scheinbar unmöglich ist. Und darum sagt Jesus ja auch, hey, du kannst ab da, wenn du mich bittest, mach dir klar, du musst den Heiligen Geist zur Belehrung bitten. Das Ego wird es immer wieder für die Trennung, Vergeblichkeit, Besonderheit, Stolz, deuten. Und als Kind Gottes, worauf soll ich stolz sein? Weil mein Vater hat mir und dir uns allen alles gegeben. Da ist einfach nur, hey, wow, hey, wow, wir sind jetzt. Jetzt ist der Irrtum der ganzen Welt, der ganzen Projektion erlöst. Wenn wir uns jetzt nicht in diesem Augenblick dagegen wehren, das ist ja die Anziehungskraft der Liebe. In diesem Augenblick können wir wahrnehmen, dass Gott sein Herz in mein Herz, in dein Herz, in unser aller Herz gelegt hat. Das ist ja die Erlösung. In dem geschieht nichts. Das ist ja das, was geschieht. Und dass die Welt nicht wirklich ist, dass wir sie niemals wirklich machen werden. Danke. Was für ein Geschenk. Dass wir nach wie vor ewig sind, wie der Vater uns schuf. und dankbar zu sein, dass wir Sohnschaft sind. Dankbar zu sein, dass du dich in jedem wiederfindest und wiederfinden wirst und schon wiedergefunden hast. Und dass diese ganze Bedeutung der Welt, die wir so lange schützen, weil wir wirklich glauben, dass es zum einen unsere Wirklichkeit ist, der Körper, die Vergangenheit, die Geschichte. Wir glauben, wir sind, wenn wir loslassen oder zu einer Bedeutungslosigkeit verdammt. Darum bekommen wir ja den glücklichen Traum. Darum sagt Jesus, du kannst ohne den glücklichen Traum hier nicht loslassen. Weil sonst hätten wir schon losgelassen, weil die Welt nicht wirklich ist. Weil das alles eingebildet ist. Und wir beharren, wir beharren so darauf. Und wir beharren ja im Ego so darauf, ich will den glücklichen Traum ohne die anderen. Kennt das jemand? Ich will, dass bei mir alles läuft, damit die anderen sagen, wow. Und das wird nie geschehen. Das kann nicht geschehen. Du kannst den glücklichen Traum nicht für dich alleine haben. Weil der glückliche Traum immer Liebe ist. Immer die Liebe Gottes und Liebe ist Ausdehnung. Und das Ego will den glücklichen Traum, so um zu beweisen, hey, guck mal, was ich kann. Und wir sind, wir können hier gar nichts ohne den Vater bin ich nichts. Eine leere Blase, an die keiner zu nah rankommen darf, weil sonst könnte jemand reinstechen. Und dann würde der ganze Spuk, die ganzen Fake News, würden echt in die Luft fliegen. Und das ist Befreiung. Und im Ego ist das aber der Tod. und darum haben wir immer wieder die Wahrnehmung oder die Idee, wow, ich muss sterben. Kennt ihr das? Ich muss sterben, um zu leben. Es ist ja die Frage, willst du leben oder willst du den Tod anbeten? Und die Gegenwart Gottes ist Leben, das ist Lebendigkeit, jeder Augenblick ist neu. Wir sind alle geheilt. Ich anerkenne, dass ich komplett im Irrtum bin. Da ist ja Lebendigkeit. Da ist ja, da kann ich ja auch nur wahrnehmen, dass der Vater mich liebt und alle gleichermaßen, egal was wir hier gerade veranstalten. Weil wir sind, wir verhalten uns wahnsinnig, das sagt Jesus, ja, weil du glaubst, du bist getrennt. Ich habe mir Angst vor meiner Wirklichkeit gemacht. Und ich habe mir ein Selbst gemacht, was ich in Opposition zur Wahrheit gemacht habe. Ich meine, was soll da passieren außer Leid? Wenn meine Wahrheit, wenn meine Wirklichkeit Liebe und Freiheit ist, was soll ich in dem Selbst wahrnehmen, was ich in Opposition dazu gemacht habe? Im totalen Gegenteil. Da kann ich nur hassen. Da kann ich nur urteilen. Und anzuerkennen, dass das nur existiert, weil ich das schütze. Weil ich nicht bereit bin, vom Bruder auf die Knie zu gehen und zu sagen, ey, alles nur eingebildet. Ey, tut mir leid, ich habe mir echt kurz Angst gemacht vor mir und vor dem Vater. Ich habe dir ein Bild gegeben, was ich irgendwie manchmal attraktiv fand, manchmal echt unattraktiv. Und das bist du nicht. Das bist du nicht. Und ich bin das auch nicht. Und wir haben mir einen Teil zu geben in diesem Traum, den wir wirklich nur geben können, wenn wir bereit sind, uns die Hand zu reichen und wirklich Berichtigungen im Geist einzuladen. Und das will ich jetzt und hier und ewig geschehen lassen. Was will ich noch anderes? Also da führt, finde ich, Vergebung uns ja hin. Darum sagt Jesus, ja, Vergebung ist deine Funktion. Damit ich überhaupt in die Wahrnehmung im Geist kommen kann, was es für ein Wahnsinn ist. Was es für ein Wahnsinn ist, zu urteilen. Und auch wenn ich mich, ich finde mich auch mal im Urteil wieder noch. Und aber kein Ding draus zu machen, sondern zu merken, ey, ich kann es weitermachen, ich kann versuchen, es zu verstecken. Jesus sagt ja, das haben wir ja auch irgendwie zweimal mindestens gelesen, was du für dich nicht wahrhaben willst, das ist für dich nicht wahr. Das kannst du nicht mehr wahrnehmen. Das ist für dich unbewusst versteckt. So, so ist ja der Geist. Und darum brauche ich ja den Heiligen Geist, weil der mein Unbewusst ist, einfach, was möchtest du denn wissen? Was möchtest du denn wissen von den ganzen Irrtümern? Und der gibt mir genau die hoch, die einfach für mich gut zu wissen sind. Und alles andere ist echt, ist bedeutungslos, weil wir sind ja nur hier, um der Stimme für Gott zu folgen. Und wenn ich dem folge, immer mehr, immer mehr, wenn ich wirklich Vergebung als meine Funktion annehme, dann taucht das auf, was auftauchen will, muss. Dann taucht der Irrtum auf. Ich muss mich, ich muss nicht danach bohren oder suchen, das sagt Jesus ja. Spring mit mir, sagt er ja. Hüpf mit mir rum an der Hand. Und wenn es Bereiche gibt in deinem Geist, die du nicht sehen willst, dann springen wir zusammen rein. Und dann wirst du sehen, da ist nichts. Es ist nur ein Gedanke. Es ist nur ein Gedanke. Ein Vergangener. Und wir können das wirklich nur, finde ich, mit Jesus machen. Weil manchmal ist einfach die Geschichte nochmal zu schauen und dann an anderer Stelle ist sie nicht zu schauen, sondern zu leugnen in dem Augenblick. Doch das können wir uns in der Person nicht aussuchen, weil die Person das ist, was sich vergeben, erlöst, berichtigt und loslasse. Ich lasse ja los, die Idee, dass ich Andrea Hanheide bin. Das bin ich ja nicht. Das ist eine Idee in diesem Augenblick, den ich wiederhole, um mich zu entscheiden, will ich jetzt Gastgeber Gottes sein oder Geisel des Egos? Und im heiligen Augenblick nehme ich wahr, ach, ich war nie Geisel des Egos. Ich war immer Gastgeber Gottes. Und das andere ist eine Zeitraum-Ebene in meinem Geist, die ich mir immer wieder einrede. Ich rede mir ein, ich bin vom Vater getrennt. Das ist ja, wir sind ja die ganze Zeit, Millionen von Jahren scheinbar, der Vater, wo ist der nächste Körper? Wo ist die nächste dunkle Geschichte? Wo ist der Ausweg? Und den finden wir einfach nicht, weil wir inwendig in Gott sind. Und darum lassen wir das Außen-Innen vergeben sein. Weil wir innen in Gott sind. Das ist ja die Lektion heute auch. Wir sind in Gott. Ich bin das Ziel der Wahrheit. Das ist doch der Flash. Findet ihr nicht? Also, ich meine, ich habe es ja irgendwie ganz oft gelesen. Ich habe es ja früher auch schon gelesen vor dem Kurs. Da habe ich mir immer gedacht, das geht nicht. Das kann gar nicht sein. Oder es geht für mich nicht. Ich muss mir da irgendwas einreden. Und zu merken jetzt die ganzen Jahre, einfach den Kurs aufzuschlagen und Jesus da sagt, hey, Vergebung ist deine Funktion, Punkt. Und ich dann zu denken, ah, okay, Vergebung ist meine Funktion, Punkt. Und wenn andere Leute mir gesagt haben, hey, findest du nicht, du hast genug vergeben? Und Jesus zu fragen und der sagt, hey, Vergebung ist deine Funktion, Punkt. Okay, Vergebung ist meine Funktion, Punkt. Und einfach auf die Stimme Gottes zu hören. Also, auf wen soll ich auch sonst hören? Das sagt Bruno Gröning ja auch. Euer Problem ist, dass wir, oder unser, oder er hat sich gar nicht näher, hat auf Gott gehört, dass wir einfach mehr auf die Menschen hören. Und natürlich hören wir auch auf den Bruder, was der Heilige Geist dem anderen sagt. Doch wenn ich auf die Person höre und mit Angst und mit Verkehrt machen können, reagiere in meinem Geist, weiß ich einfach, ich frage gerade das Ego, was das richtige Üben für mich ist. Und der Heilige Geist ist ja immer tröstend, liebend und natürlich echt auch deutlich, unbestechlich. Ich kann ja mit meiner Kleinheit nicht wirklich in den heiligen Augenblick. Das ist ja das Geniale. Ich muss anerkennen, ey, ich bin im Irrtum mit der ganzen Vergangenheit. Ich bin im Irrtum. Sonst kann ich den heiligen Augenblick nicht ehrlich wahrnehmen. Weil das geht nicht. Ich kann das nicht. Wir versuchen das ja, Kleinheit und die Herrlichkeit des Himmels zu verbinden. Und das geht nicht. Wir hatten das am letzten Wochenende auch. So einfach die Erfahrung, das geht nicht. Gott sei Dank. Und doch ist der Versuch da. Es ist der Versuch da. Ich möchte ein bisschen Andrea Hanheide mit in die Erlösung nehmen und ich bin nun mal nicht. Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Ich höre auf den Namen und ich greife immer wieder nach dieser ganzen Idee. Doch es wird immer immer schneller absurd, wenn wir immer tiefer den Heiligen Geist bitten, uns zu belehren. Das ist das ja. Darum ist ja Vergebung der Schlüssel zum Glück. Ich kann gar nicht, wenn ich vergebe, dann lande ich ja im Heiligen Geist, im Heiligen Augenblick, in der Erinnerung, wer ich bin. Dass viele danach und wir erstmal immer alle danach wieder nach dem Ego greifen und dann sagen, was sagst du dazu? Und er sagt, hast du dir alles eingebildet oder schaffst du nicht? Guck mal, ist schon wieder weg. Das ist ja das Üben. Wir üben ja das, was wir nicht können. Und das Ego will das üben, was es kann. Und darum sagt Jesus, weißt du nicht, was Heilung ist? Und du weißt auch nicht, was dich heilt. weil wir versuchen im Ego natürlich auch mitzumachen. Und er sagt ja auch, du hast ja selbst die Augenblicke, dass du in diesem Denksystem in der Trennung heilen kannst. Und das sind Glückstreffer. Weil wir natürlich die Macht Gottes haben. Wir sind ja auch in der Fehlschöpfung, in dieser Macht des Geistes. Es ist einfach nur in einer Angstfehlschöpfung gebunden. Darum leiden wir ja. Weil wir uns begrenzen immer wieder auf, ah, das ist mein Name, das ist meine Bedeutung und dieser Bedeutung in Zeitraum möchte ich mehr hinzufügen. Das ist ja der Stolz oder das spirituelle Ego. Und zu merken, was das für ein Gefängnis ist. Weil du musst dann was verteidigen. Ich muss ja dann das, was ich gestern noch geglaubt habe, verteidigen. Und heute ist mein Glauben vielleicht schon fast so groß wie ein Senfkorn. Und dann müsste ich das von gestern verteidigen, nur um jetzt mit der Vergangenheit Recht zu haben. Und darum können wir ja nur dankbar für die Sohnschaft sein. Weil wir immer wieder dahin geführt werden, dass immer ein Teil meiner selbst vor mir steht. dass immer mein Erlöser vor mir steht, dem ich die Form gegeben habe, dem ich die Bedeutung gegeben habe. Und dass nur ich das jetzt in mir wieder erlöst sein lassen kann. Das ist doch, das ist, ich finde, das ganze Üben, was das so für eine immer, diese Bedeutung mit dem Heiligen Geist zu üben, mit dem Heiligen Geist zu lernen, zu lehren, was das für eine Offenheit im Geist macht, was das für eine Liebe im Herzen offenbart, die gerade vielleicht überhaupt noch nicht vorstellbar war. Das ist das ja. Darum sagt Jesus ja, hey, du musst immer wieder alles loslassen. Du bist Gegenwart. Lass dich von mir führen, weil du versuchst, diese Gegenwart, die versuchst du in Zeitraum zu ziehen. Das ist ja, was wir gerade hatten, Illusion und Wahrheit zu verbinden. Guck mal, was ich kann oder guck mal, was ich weiß. Und ich weiß überhaupt nicht, was für ein Ding ich bin. Ich kann ja nur sagen, wenn Jesus sagt, hey, setz dich hier hin und lehre, weil du das lernen willst, dann kann ich dem Folge leisten. Also ich folge dem nach. Und das ist das ja, dass wir in ein immer größeres Glück geführt werden. und natürlich machen wir da auch Pläne, wenn Jesus mit uns Pläne macht. Und doch weiß ich, dass wir jetzt tiefer in Gott erinnert sind, wenn wir es geschehen lassen, wenn wir uns nicht einmischen, als wir gerade eben noch. Das ist ja Gegenwart. Das ist ja gegenwärtiges Lernen. Darum fürchten wir die Gegenwart ja so. Weil Zeitraum, in dem immer wieder wie kollabiert, bedeutungslos ist, all das, wofür ich mich hielt, komplett bedeutungslos ist, das ist ja das Tolle an der Sohnschaft. Das ist ja die Freude in der Sohnschaft. Das ist ja der glückliche Traum. Das kann ich nur wahrnehmen, wenn ich bereit bin, anzuerkennen, wow, hey, wir sind alle jetzt im Vater. Und ich will mit meinem Urteil nicht mehr Recht haben. Es ist ja auch in der Entwicklung des Vertrauens die erste Eigenschaft der Lehrer Gottes, nichts mehr zu be- und zu verurteilen. Darum sagt Jesus ja, die meisten brauchen eine sehr, sehr lange Zeit da, an der Stelle. Wirklich nichts mehr zu be- und verurteilen, weil wir ganz schnell in Urteilen sind. Und das nicht als, oh, wir sollen das gehen nehmen, sondern als fast, ich finde das faszinierend. Es ist doch total faszinierend, dass wir wirklich so eine Power im Geist haben, diese Welt nach außen projizieren und sagen, wow, ich will so gerne erwachen, ich will auf keinen Fall noch mal wiederkommen und zeitgleich alles dafür tun, dass das auf jeden Fall nicht passiert. Darum sagt Jesus, du bist lernbehindert, du brauchst Hilfe. Darum sagt er, du musst ehrlicher sein, als wie du es gewohnt bist. Darum sagt er, nicht alle sind bereit, die Welt in diesem Leben loszulassen. Darum steht das ja da drin. Wir brauchen ja eine totale Ehrlichkeit, dass wir in Wahrheit alle loslassen wollen, unumstritten. Dass wir hier niemals glücklich werden, unumstritten. Das finde ich echt, weil der heilige Augenblick einfach so eine Offenbarung oder so ein Sein ist von, wow, es ist wirklich nichts geschehen. Es ist wirklich nichts geschehen. Es ist wirklich nichts geschehen. Die Trennung hat in keinem Augenblick stattgefunden. Das ist ja das, wo wir uns immer oder ich mich immer wieder hinführen lasse in Vergebung. das ist ja, ich habe 44 Jahre gedacht, ich bin in der Hölle und ich finde nie einen Ausweg. Und mich dahin führen lassen zu können von Jesus, indem ich sage, ja, leuchtet mir irgendwie ein, es leuchtet mir ein, dass ich dir nachfolgen sollte, wie du es hier vorschlägst, dass ich den Heiligen Geist bitten sollte, weil sonst kann ich einfach keine neuen Erfahrungen machen. Und dann geschieht das, und es geschieht so höchstpersönlich. Das ist ja das Schöne. Das sagt er ja, weil der Heilige Geist genau dein Blues sieht, so gesehen. Dein Leid, wo du dich festhältst, das kann Jesus Christus schauen. Und Jesus hat ja auch gesagt, hey, ich war auch versucht, dem Irrtum Glauben zu schenken und habe den erlöst, von Grund auf berichtigt sein lassen. Und darum weiß ich, wie es dir geht. Und darum können wir nachfolgen und darum können wir in der Kommunikation sein. Und er sagt ja auch, Nachfolge ist Freude und Leid zu teilen. Und Freude zu teilen ist, ey, pff, ich will, auch wenn ich echt immer glücklicher bin, will ich, ich will deine Hand nicht mehr loslassen. Und wenn, dann merke ich sofort, okay, sofort ist auch ein Gegenteil möglich. Das ist ja, wenn ich die Hand von Jesus loslasse, wenn ich nicht im Heiligen Geist bin, übe, lerne, ist sofort ein Gegenteil möglich. Dann ist nicht nur Glück, dann kann es auch wieder, oh, es könnte gehen. Und das ist einfach, ich glaube dann wieder, ich bin Zeitraum, ich bin der Körper, ich bin Andrea Hanheide. und da ist natürlich dann die ganze Vergangenheit und ich finde das so den Flash, so, weil wenn ich, wenn ich dann wirklich irgendwas anders haben will, als wie es ist, sofort, wenn ich einen verurteile, ist meine ganze Angst wieder aktiv. Dann ist meine ganze Vergangenheit wieder aktiv. Dann könnte ich wieder irgendwie Leute töten, dann will ich wieder alle kontrollieren, dass die alle das machen, was ich will. Dann will ich alles wissen, was jeder, jemand denkt, dann will ich sofort wieder totale Kontrolle. Und wenn ich dann wieder vergebe, ist das wieder erlöst. Das geschieht ja. Darum sagt Jesus, das Ego heilt nicht. Das wird demütiger. Darum geht es. Ich werde dem Ego demütiger und sage, ich wehre mich jetzt hier mal nicht mehr gegen die Belehrung in dem Teil meines Geistes, sondern ich sage, ey, okay, okay, ich will. und das Ego mischt sich nicht mehr so ein. Ich nehme es nicht mehr so wahr. Das ist alles. Sagt Jesus ja, das wird freundlicher, das heilt nicht, das wird niemals heilen, weil wir schon geheilt sind, weil wir schon Kind Gottes sind. Und das finde ich wirklich, wirklich, wirklich den Oberflash. Das finde ich so, so ein Geschenk, dass der Irrtum, dass alles schon erlöst ist, alles, alles, dass nur wir uns in den Weg stellen. Und das ist ja auch in der Lektion halt, ey, ich wurde als das Ding erschaffen, das ich suche. Du wurdest als das Ding erschaffen, das du suchst. Ich bin das Ziel, nach dem die Welt sucht. Du bist das Ziel, nach dem die Welt sucht. Ist doch. Und damit unterwegs zu sein, also hier im Traum, und zu wissen, ey, wow, das ist ein Traum, ich projiziere das gerade. Und doch ist das, ich bin das, was ich da draußen suche. Die Freiheit ist in mir. Und der glückliche Traum ist ja auch wirklich, finde ich, ey, wir sind immer noch mit Brüdern, wir sind immer noch hier in der Traumsequenz, nur wir wollen immer mehr darauf bestehen, dass wir die Erlösung, dass die Erlösung durch uns geschieht. Das ist es ja. Nur wenn es mein Geist Zustand ist, dann kann ich nur komplett mich im Heiligen Geist da sein lassen. Ich riskiere, die Persönlichkeit loszulassen in immer mehr Augenblicken und sage, ey, hey, heiliger Geist, wirke du in mir, ich werde mit dir denken, weil das mich daran erinnert, wer ich wirklich bin. Das sagt Jesus ja. Der sagt ja, der Heilige Geist hat seine Funktion erfüllt, wenn du wieder selbst und ständig im Vater denkst, wenn ich wieder im wirklichen Denken bin, sprich, ich greife nicht mehr nach der Welt und so lange brauche ich diese Berichtigung. Und augenblicklich ist Erlösung geschehen. Augenblicklich. Augenblicklich ist uns allen alles gegeben. Wir lassen es nur nicht geschehen, weil wir Angst vom Vater haben, weil wir wirklich glauben, wir sterben, wenn wir die Bedeutung, den Körper Gott wiedergeben. Und darum sagt Jesus, weil er wirklich so gesehen ja auch mich im Leid findet und sagt, hey, guck mal, das machst du gerade nur, weil das ist die alte Geschichte aus deiner Vergangenheit. Hey, komm, wir vergeben da. Für einen Augenblick zeige ich dir, dass ich dich da immer sanft, sicher gehalten habe, dass du immer im Vater warst. Das ist ja Kommunikation. Kommunikation ist ja wirklich, dass wenn ich merke, wow, ich gehe ins Urteilen oder nur ich spanne an oder ich verkrampfe mich, zu sagen, hey, ich brauche dich gerade. Ich vergesse hier gerade wieder, wer ich bin. Ich versuche gerade wieder, die Trennung wahrzumachen, weil die Angst vom Vater doch tiefer geht, als wie ich gerade vielleicht noch dachte. Das ist ja Erlösung. Wir sind im Irrtum. Darum sagt Jesus ja so deutlich, du bist lärmbehindert, du bist wahnsinnig, du bist auch bösartig, wenn du dich im Zeitraum wieder findest. Du bist das und du bist es nicht. Doch du kannst nicht wahrnehmen, dass du es nicht bist, wenn du nicht alles aufsteigen lässt, wenn du nicht bereit bist, kein persönliches Leben mehr zu haben, keine geheimen Gedanken, keine persönlichen, sagen, das erzähle ich dem, das erzähle ich nur der und das erzähle ich nur dem. Und das macht gar nichts, wenn wir das machen und sagen, hey, das möchte ich nur dir erzählen, auch wenn ich weiß, dass das eine Begrenzung ist und doch ist es mein Üben. Darum geht es ja. Dass wir einfach mehr mitbekommen, was wir machen, dass wir es nicht be- und verurteilen und dass ich weiß, irgendwann werde ich die, irgendwann wird es geschehen, dass ich vor keinem mehr einen geheimen Gedanken haben will, weil es gar nicht meine Natürlichkeit ist, weil es gar nicht mein Sein, mein Selbst ist, was aus irgendeinem geheimen Gedanken besteht. Und darum geht es ja um die Ehrlichkeit. Es geht ja nicht darum, dass wir irgendwas können müssen, sondern wir müssen nur die Bereitschaft haben, uns belehren zu lassen, warum wir hier leiden, weil wir immer noch nach dem Ego greifen, weil wir immer noch versuchen, in der Persönlichkeit Erlösung zu finden. Und das ist ja, im Ego gibt es einfach nur Triumph. Ah, ich kann es besser als für irgendjemand anderes. Ah, ich habe mehr Geld, mehr Männer, mehr Frauen oder weniger oder keine Ahnung, worin ich immer meinen Wert hier lege im Vergleich. Mehr Autos, weniger, ein E-Bike, ein E-Bike oder ein Tretroller, keine Ahnung. So, das ist ja das Leid. Und wir sind Sohnschaft. Und das, was wir uns hier nur aufzeigen können, ist das Zeugnis dafür. Ich bezeuge, dass der Vater für mich sorgt, weil ich immer glücklicher bin. Und an diesem Glück dürfen alle teilhaben. Darum geht es ja. Weil ich weiß, dass dieses Glück uns allen gleichermaßen gegeben ist. und wenn ich mal nicht glücklich bin, da kein Urteil drauf zu haben, sondern zu merken, okay, wow, es geht alles noch tiefer. Die ganze Berichtigung, wir machen uns immer wieder einen vor. So, ich glaube, ich habe den Kurs verstanden. Schon dann sagt Jesus, hey, dann machst du den Kurs nicht mehr. Dann bist du für mich nicht mehr erreichbar. So, weil wir haben, wir haben ja eine gegenwärtige Führung. Und das ist ja das, was das Ego sterben lässt. Und das ist das, was für uns im Ego nicht vorstellbar ist. Was logisch ist. Und ich finde es echt, ich finde es abgefahren. Ich finde es, ich finde es so, so einen Segen. Und ich merke immer mehr so dieses Glück, wirklich geschehen zu lassen, ist wirklich, weil ich wahrnehme, dass wir alle in Gott glücklich sind. Kennt ihr dieses, ich darf nicht zu glücklich sein, damit die anderen sich nicht doof fühlen oder so. Das ist absurd. Weil dieses Glück, ohne Gegenteil, das können wir nur wahrnehmen in uns, wenn wir es auch anderen erst zum einen gönnen und auch wahrnehmen, und auch wahrnehmen, wow, wir sind echt alle jetzt im Vater. Und es ist keine Liebe, das ist ja dieses, das Licht klein zu machen, damit jemand anderes sich nicht bedroht fühlt. Das ist ja absurd. Kennt ihr das von früher? Oder kennt das noch jemand? Ah, jetzt darf ich nicht zu stark leuchten, sonst finden die anderen das doof. Natürlich finden die anderen das doof. Das höre ich auch immer wieder, dass die anderen das doof finden. Aber die finden das nicht wirklich doof. Das ist nur das Ego, was das doof findet, weil nur das Ego urteilt. Weil wir können nicht anders, als wieder zu leuchten, weil dann gibst du anderen auch die Erlaubnis, das in deiner Gegenwart zu tun. Weil wir sprechen immer, wir sprechen uns immer an und wir sind nun mal heilig. Wir sind nun mal hell. Wir können nichts dafür. Wir können uns klein und dunkel denken, aber du wirst es nie wahr machen. Das sagt Jesus ja, du kannst das Licht irgendwie dimmen, aber den Funken, den kriegst du nicht gelöscht. Da kannst du so viel Wahnsinns, Verletzungstaten, sei es gegeben, erfahren, wahrgenommen, drauflegen. Das ist, weil wir träumen. Weil wir wirklich, wirklich, wirklich träumen und im Vater zu sein und ich finde es echt, ich finde es, ich finde es irgendwie so kaum zu beschreiben und doch so, so natürlich, weil ich zum einen für mich überhaupt nie für möglich gehalten hätte, dass sich sowas offenbart, dass so eine Liebe, so ein Trost, dass so, okay, Jesus sagt mir, hey, setz den Glauben in mich, setz den Glauben in den Vater, in den Heiligen Geist und ich sage, okay, ich mache das mal, weil ich sowieso ansonsten, was soll ich sonst machen? und dann so viel Wunder wahrzunehmen und so viel Glück und so viel Liebe und so viel glücklicher Traum, der irgendwie alles sprengt, was ich für mich hier jemals war, für möglich gehalten habe. Und ich weiß, dass wir alle in dem sind, alle, alle gleichermaßen, alle. Es ist uns allen gleichermaßen gegeben. Allen. Keiner mehr, keiner weniger. Und darum lassen wir das mehr und mehr geschehen, weil wir das schauen, weil wir schauen, dass wir alle schon erinnert sind und dass wir uns alle erinnert werden. Wir werden alle dieses Glück geschehen lassen. Komplett. Es geht gar nicht anders, weil Jesus das für uns in der Nachfolge bestimmt hat. Er hat gesagt, du musst dich überhaupt nicht mehr mit Schuld und Sünde, darum ist der Kurs reingekommen. Für mich ist das wirklich das Folgebuch nach der Bibel, nach der Kreuzigung. Das sagt er da ja. Das war mein Teil. Ich war hier als großer Bruder, um der Sohnschaft zu zeigen, es passiert nichts. Ihr seid ewig auferstanden im Vater. Darum sagt er auch, ich muss meine Kirche auf dich bauen. Es geht gar nicht anders, weil du bist jetzt hier, wir sind jetzt hier als Sohnschaft und zersplittert scheinbar und doch eins im Geist Gottes, eins in diesem Glück, ohne Gegenteil, in dieser Liebe, ohne Gegenteil und das lassen wir wieder offenbar werden und in dem lassen wir komplett jede Trennung los. Und dazu braucht es alle. Und wir haben das ja schon getan, so gesehen, obwohl wir nichts tun. und das sagt er ja, du bist nur noch hier, um aufzuzeigen, dass der Vater dich liebt und was es heißt, uns sich vom Vater lieben zu lassen, was es heißt, die Rolle in diesem Plan, der in diesen Traum gegeben wurde von Separation, die Sohnschaft hat sich scheinbar zersplittert und in Wahrheit auch gar nicht, weil wir diese Ebene in Wirklichkeit gar nicht berühren, das ist ja auch immer wahrnehmbar. Und doch geht es ja um die Erlösung von Zeit, Raum, Schuld, Sündeidee. Und in dem können wir uns wirklich nur immer wieder gegenwärtig komplett hingeben und sagen, hey, was willst du, was ich tue, wohin ich gehe, was ich sage. Und das geschehen zu lassen und dann zu merken, okay, dadurch ändert sich die Leinwand, weil ich wirklich meinen Geisteszustand da draußen sehe. Und was ich ganz lange gemacht habe, ich habe gewartet, dass sich das draußen ändert, damit ich mich traue zu sein. Kennt das jemand? Und Jesus sagt, es ist genau andersrum. Du vergibst, du nimmst immer mehr die Liebe des Vaters wahr, du vertraust und darum traust du dich, dich hier ganz zu geben in der Rolle, die Gott dir gegeben hat und die nur du ausfüllen kannst. Weil es gibt die Brüder, die nur durch dich verstehen, dass Gott wirklich ist. Und darum gibt es überhaupt kein Neid, keine Konkurrenz im Erwachen, sondern nur noch Inspiration. Ich finde das dem Vollflash, das ist recht, so wirklich, so den Ultra, Ultra Vollflash. Und ich sage das ja auch häufig so, weil ich finde das auch wirklich und selbst wenn jemand den Impuls hat, oh, mir sagt der Himmel, ich soll mal losgehen. Nein, es ist diese ganzen Vernetzungsgruppen, die gibt es ja damit, damit sowas möglich ist. Dass jemand reinschreibt, hey, mir sagt der Himmel, ich soll irgendwie, keine Ahnung, einen Monat loslaufen und kann ich irgendjemanden anrufen, falls ich mir Angst mache oder kann ich irgendwo vielleicht unterkommen zwischendurch. Das ist ja alles gegeben. Das haben wir uns in der Sohnschaft, geben wir uns das schon. Ist doch Flash, oder nicht? Findet ihr nicht? Wir geben uns das schon längst in der Sohnschaft. Und das mehr und mehr geschehen zu lassen, dass die Gesetze der Welt nur wahrnehmbar erlöst sind, wenn ich mich im Gesetz Gottes wiederfinde. Und das ist, hey, ich weiß nicht, was für ein Ding ich bin. Ich vertraue dem Vater, ich will nur noch den Heiligen Geist hier mit allen teilen, weil alles andere habe ich schon irgendwie seit Millionen Mal gemacht und es hat mich nur weiter in Angst versetzt. Nicht mehr ist passiert. Und jetzt bin ich viel zu neugierig. Bei mir ist es echt immer die Neugierde. Ich bin viel zu neugierig, was passiert, wenn ich einfach weiter vergebe. Wenn ich einfach weiter nicht Recht haben will. Wenn ich einfach weiter voller Demut sage, hey, ich will einfach hier nur meinen Teil erfüllen. Mehr will ich gar nicht. Ich finde das echt so schön. Echt in was für einem Üben wir sind, dass es alles schon geschieht und geschehen ist. Das ist es ja. Und dass alle gleichermaßen wichtig sind im Plan. Alle. Keiner weniger. Keiner mehr. Alle gleichermaßen. Und darum musst du dich dann auch gar nicht zurückhalten mit irgendetwas. weil nur du das geben kannst. Das kommt. Du kannst niemandem in der Erlösung einen Platz wegnehmen. Das geht nicht. Wenn du das versuchst, wenn du versuchst, deine Funktion zu erfüllen, wie sie dir nicht von Gott gegeben ist, wird es kompliziert. Kennt ihr das? Daran merken wir das. Dann läuft irgendwas nicht. Es wird kompliziert. Und das macht nichts. Weil wir sind nur im Üben, in der Belehrung. Ich sage auch immer wieder, Jesus, wenn ich hier schon eine One-Woman-Show mache, mit Seminaren geben, dann sag mir das, wenn das gar nicht mehr meine Funktion ist. Und dann kommt zack, es war vor ein paar Tagen, dann kommt am nächsten Tag eine Einladung, hey, magst du ein Seminar geben? Und dann weiß ich, ah, okay, das ist gerade die Antwort, das ist die Kommunikation. Es geht nicht darum, dass das irgendwas wichtiger oder wertvoller ist als irgendetwas anderes, sondern es geht darum, nehme ich wirklich gerade wahr, dass der Vater mich liebt? Nehme ich gerade wahr, dass der Heilige Geist mich führt? Nehme ich gerade wahr, dass diese Liebe Gottes, die in mir wirkt, um mich herum, dass ich die gerade einfach nur geben will? Das ist es ja. Wir fallen alle immer wieder aufs Ego rein, aufs spirituelle Ego und das macht nichts. Es macht alles so gar nichts, weil wir üben. Weil wir, was Jesus sagt, hey, du hast vergessen, wer du bist. Du hast vergessen und du brauchst Hilfe. Und wenn ich nicht um Hilfe bitte, habe ich die nicht. Weil, dann kann ich einfach Fehlschöpfung spielen. Weil es ein Traum, ein Spiel ist. Es passiert nichts. Ich kann hier noch Millionen von Jahren auftauchen im Körper. Und manche wollen das auch. Ich habe schon manche getroffen, die sagen, nee, ich will gar nicht erwachen. Ich will das gar nicht. Ich will Zeit, Raum. Und es ist ja auch völlig okay. So, das ist ja nicht zu behe und zu verurteilen. Es ist ja einfach, je tiefer wir vergeben, finde ich, je mehr ich im heiligen Augenblick bin, umso mehr merke ich, wow, das ist eigentlich nur Schmerz hier. Weil Angst. Weil eingebildet. Und dann will ich den glücklichen Traum. Dann will ich wahrnehmen, dass die Trennung niemals stattgefunden hat. Dass mein Glück in Vergebung liegt. Hätte ich nie gedacht, hätte ich nie für möglich gehalten. Ich komme aus so einem, ey, nee, ich möchte alles alleine machen. Nö, Geheimnisse sind mein Hobby. Dass ich zum Kurs gekommen bin, echt. Und jetzt so irgendwie komplett, ey. Nee, nee, geht nicht. Geht nicht. Bist du gar nicht. Bist du nicht. Du bist das nicht. Das bist du nicht. Das ist nur der Verzweifelte versucht dich vom Vater zu verstecken in Geheimnissen. Ach so, ach, das ist gar nicht mein wirklicher Wille. Okay. Ah, okay. Ach, wir sind alle ohne Geheimnisse geheilt. Okay. Dann übe ich das mal. Und üben heißt, ehrlich sein und zu merken, ey, okay, ich mache mir gerade einen vor. Und ich lasse mich jetzt berichtigen. Ich vergebe und ich lasse mich berichtigen. Und ich sage zum anderen oder zu anderen vielleicht, ey, ich habe mir und dir gerade echt einen vorgemacht. Und das will ich berichtigt sein lassen. Ich will nicht mehr Geisel des Egos sein. Ich will mich nicht mehr freiwillig diesem Denksystem unterstellen. Und das kann ich nur, wenn ich immer wieder die Hosen runterlasse und sage, hey, hey, sorry, sorry, ich stoppe mal gerade eben. Ich vergebe mal eben. Lass mich berichtigt sein. Nein, ich will das nicht gerade hier weitermachen. Und daran kann uns niemand hindern. Also, egal wo wir sind, total egal. Weil es um den Inhalt geht und um die Dankbarkeit für die Sohnschaft. Danke, dass wir eins sind, auch wenn ich dich gerade doof finde. Danke, dass wir eins sind, auch wenn ich dich gerade auf den Mond schießen könnte. Danke, dass du mein Erlöser bist, Bruder. Egal, was ich gerade über dich dachte. Weil ich will einfach diesen Gedanken nicht weiter wahr machen. Ich will nicht den Schritt weiter in die Trennung. Ich will jetzt Erlösung geschehen lassen. Und das ist ja auch dann der Witz, dass wir gar nicht wissen, wie es dann geht. Und das ist ja alles dann Premiere. Du weißt überhaupt nicht, wie du dich verhalten sollst, weil du noch nie so ehrlich im wahren Selbst warst, was einfach nur hier lieben will. Und dann bietet das Ego immer wieder an, das wird jetzt aber echt schwierig. und einfach darauf zu vertrauen und echt diese Erweiterung geschehen zu lassen, dass wir so liebend sind, dass wir so voller Freude sind, egal, was gerade passiert ist und dass das der Gewinn für alle ist. Und dass es nicht selber gemacht ist, sondern ich finde es ehrlich in mir wieder. Finde ich den Oberflash? Finde ich wirklich alles den Oberflash, die ich nie mitgerechnet hätte ich Haus und Hof verwettet, die ich nicht habe? Darum habe ich kein Haus und kein Hof, weil ich es schon längst verwettet hätte. Und verloren. Und verloren. Echt, ich liebe euch, ich liebe uns, ich liebe, dass wir echt auf diesem Weg sind, dass wir alle sagen, ja, ja, ja. Und einmal ja gesagt, sagt Jesus, einmal den Kurs aufgeschlagen und das Programm läuft, das Ja läuft. Egal, wie viel Widerstand wir zwischendurch setzen, es ist bedeutungslos. Es ist bedeutungslos, weil Erlösung augenblicklich ist. Es bleibt keiner zurück, weil Erlösung jetzt geschieht. Es ist ja das Wundervolle. Darum müssen wir uns um niemanden sorgen, weil alle schon erlöst sind. Und weil, wenn jemand sagt, hey, ich will jetzt alles hier loslassen, das sagt Jesus, ja, wenn du wirklich die Welt loslassen willst, dann bist du erlöst von der Welt. und da wir das alle nicht sind und nicht machen, scheinbar, und wenn wir es machen, nicht ehrlich meinen, sonst würde es geschehen, haben wir einen Vergebung, Vergebungsunterricht. Darum haben wir Vergebungsunterricht und Demut und Heilung und erweiterte Wahrnehmung und Körperneutralität, das haben wir ja gesagt. Echt, wie schön. Danke. Und jetzt.